Sie hören Audimax, das Kontrafunkkolleg. In der heutigen Ausgabe bringen wir einen Vortrag des Germanisten Professor Peter J. Brenner mit dem Titel Karl May, ein Weltbürger im Reich der Fantasie. Karl May lebte von 1842 bis 1912 und hatte mit seinen Romanen fast 150 Jahre deutscher Kulturgeschichte begleitet und mitgeprägt. Er hat Mythen geschaffen, in denen sich das deutsche Bürgertum wiedererkennen und mit denen es sich die Welt auf eine verständliche Weise zurechtlegen konnte. In diesem Jahr 2022 wurde er ein Zufallsopfer der Cancel Culture Bewegung, aber die Kontroversen um ihn zeigen, worum es geht, um das Erbe der bürgerlichen Welt. Peter J. Brenner war Professor für neuere deutsche Literaturgeschichte an der Universität zu Köln, 2009 wechselte er an die Technische Universität München. Er ist Verfasser mehrerer Standardwerke seines Fachs und zahlreicher weiterer Bücher zur Kultur- und Bildungsgeschichte. Karl May ist ein einzigartiger Fall in der deutschen Literaturgeschichte. Es gibt nicht viele Autoren, die über 100 Jahre nach ihrem Tod noch erbitterte mediale Kontroversen auslösen können. Goethe jedenfalls gehört nicht dazu. Die Meldung im August 2022, dass Goethes Faust nun endgültig als Pflichtlektüre aus dem Lehrplan der Bayerischen Gymnasien gestrichen wurde, ließ kurz aufhorschen. Größere mediale Wellenschläge verursachte das aber nicht. Ganz anders war es mit dem anderen Autor, dem zehn Jahre nach Goethes Tod geborenen Karl May. Der Anlass für die aktuell aufgeflammte Kontroverse war ausgesprochen banal. Ein prominenter Kinder- und Jugendbuchverlag, dessen Geschichte bis in die Lebenszeit Karl Mays zurückreicht, kündigte an, zwei Kinderbücher nicht zu veröffentlichen, die den Namen Winnetus im Titel trugen. Begründet wurde das mit der gesteigerten interkulturellen Sensibilität. Die Bücher könnten die Gefühle der indigenen Bevölkerung in Nordamerika verletzen. Eigentlich war diese Entscheidung nicht einmal besonders spektakulär. Derlei gehört inzwischen wohl zur Normalität des deutschen Medienbetriebs. Solchen Entscheidungen liegen am Ende sicher eher betriebswirtschaftliche als moralische Erwägungen zugrunde. Denn wenn auch mit solchen geschmeidigen Anpassungen an den Zeitgeist ein geringfügiger wirtschaftlicher Verlust entsteht, so steht ihm andererseits ein moralischer Reputationsgewinn gegenüber. Neu und auch für die Kenner der Szene überraschend war allerdings die Entrüstung, die sich in den deutschen Medien breitmachte. Karl May ist 1912 gestorben, aber er ist offensichtlich so fest im kulturellen Gedächtnis der Deutschen verankert, dass man sich selbst 110 Jahre nach seinem Tod nicht straflos an seinem Andenken vergehen kann. Der eine Teil des Geheimnisses von Karl Mays einzigartem Erfolg ist nicht schwer zu entschlüsseln. Karl May folgt den einfachen Regeln der Trivial-Literatur. Diese Literatur wurde zeitweise mit dem Begriff Schema-Literatur bezeichnet. Der Begriff hat sich nicht durchgesetzt, aber er trifft den Kern der Sache ziemlich genau. Das, was einen Roman ausmacht, Handlung, Figuren und Sprache, folgt einem Schema. Es wird in hundertfacher Variation ausgeführt, kehrt aber immer wieder zum gleichen Muster zurück. Bei Karl May ist es das Schema der Abenteuer-Literatur, das man bis zu Homers Odyssee zurückverfolgen kann. Das Grundelement des Schemas ist der Dualismus, der unentwegte Rückgriff auf den Gegensatz von Gut und Böse, Freund und Feind, Wildnis und Zivilisation, Recht und Unrecht, Verbrechen und Strafe. Auch die Handlungskonstruktion in Karl Mays Roman ist von einer erstaunlichen Einfalt. Ein ewiges Nacheinander von Spannung und Entspannung, Flucht und Verfolgung, Gefangennahme und Befreiung, Geheimnis und Enträtselung. Diese Handlungsabläufe werden eingefügt in den Rahmen eines fest umrissenen Weltbildes, das seine Wurzeln in der europäischen Aufklärung hat. Es vertraut blind auf die Beherrschbarkeit der Welt und wird überwölbt vom Humanismus umfassender christlicher Nächstenliebe, die nicht immer zur Freude spannungssüchtiger Leser zu den Magenzeichen der Karl-May-Romane gehört. Nicht ganz zu Unrecht widmet Arno Schmidt, über die noch zu reden sein wird. Ein großer Teil seiner Karl-May-Essays dem leicht zu erbringenden Nachweis, dass Karl Mays Abenteuer-Romane nicht als Variationen des immergleichen seien. Sein Fazit, wer zwei der Romane gelesen hat, kennt alle. Ein besonderes Ärgernis ist ihm die Figur Vinitus. Arno Schmidt verweist auf den wenig beachteten Umstand, dass Karl May diese berühmteste aller seiner Figuren bereits nach nicht einmal drei Bänden der Fesenfeld-Ausgabe aus seinem Figuren-Kosmos verabschiedet. Ganz anders sieht Arno Schmidt Hatschi Halef Oma, der über etliche Bände hinweg zum Romalpersonal gehört. Ihn erfunden zu haben, hebt Arno Schmidt als eine der größeren Leistungen Karl Mays hervor. Er verweist darauf, dass der aufschneiderische und doch sympathische Prahl Hans Halef weit eher als das alte Echo seines Autors betrachtet werden darf, als der in seiner Magellosigkeit langweilige Karabernemsi. Warum Vinito dennoch zur Leitfigur der Karl-May-Wirkung werden konnte, ist leicht zu erklären. Es liegt nicht an der Magellosigkeit seiner Persönlichkeit, sondern an der Vorgeschichte dieser Figur. Vinito ist eine der letzten literarischen Verkörperungen des edlen Wilden, dessen später Resonanzen auch noch in den aktuellen migrationspolitischen Debatten zu spüren sind. Der edle Wilde war ein Mythos, der die europäische Literatur und Philosophie seit den ersten übersehlichen Entdeckungen begleitet. Der Archetypos des unverbildeten Menschen, der im Einklang mit der Natur lebt, noch nicht verdorben durch die Einflüsse der Zivilisation. An diesen Mythos konnte Karl May anknüpfen, und das ist sicherlich der wichtigste Grund dafür, dass bis in die Gegenwart hinein die Figur Vinito's auch dort noch lebendig bleibt, wo der Romanautor Karl May nur noch eine vage Erinnerung ist. Daneben hat Karl May seine Schauplätze seriell mit skurrilen Figuren aller Art ausgestattet. Sie sind für den humoristischen Grundton zuständig, der Karl Mays Romane durchzieht und der ein wichtiger Teil seines Erfolgsgeheimnisses ist. Eigentlich sollte die Transgender-Bewegung Karl May zu ihrem Schutzheiligen ernennen, statt ihn wegen kultureller Aneignung zu verfolgen. Es hätte nicht unbedingt die Analysen Arno Schmitz bedürft, um zu zeigen, dass manche Figurenkonstellationen, allen voran die Beziehung zwischen Old Shatterhand und Vinito, hochgradig homoerotisch aufgeladen sind. Und unter den Nebenfiguren finden sich hinreichend viele, von Tante Troll bis Hobblefrank, deren transvestitisches Erscheinungsbild sie zur Teilnahme an jeder Christopher-Street-Day-Parade qualifizieren würde. Karl Mays Romane finden also ihre Abnehmer und Leser, weil Karl May sie mit den Grundelementen der Kolportage-Literatur ausstattet, mit einem dualistischen Weltbild mit Spannung, Humor und archetypischen Figuren. Aber es kommt noch etwas hinzu, was Karl Mays Erfolg dann ausmachen wird. Der Ausgriff in die Ferne. Im Zentrum von Karl Mays Werk stehen seine Romanzyklen über den Orient und Amerika. 1880 beginnt sein sechsbändiger Zyklus von Orient-Romanen mit Durchwüst und Harem in der Zeitschrift Deutscher Hausschatz zu erscheinen. Karl May bietet ein detailliertes kulturhistorisches Wissen, das für Generationen deutscher Leser zur ersten und meist einzigen Quelle der Information über die Türkei, die arabischen Länder und den Islam wurde. Ähnlich verhält er sich mit seinen noch berühmter gewordenen Amerika-Romanen. Karl May war ein genialer Kompilator, oft auch Plagiator. Sein umfassendes Wissen über Geografie, Ethnografie, Geschichte ist aus Büchern entnommen und so genial in Bücher wieder eingearbeitet, dass Generationen von Lesern das als erfahrene Wirklichkeit des Autors wahrgenommen und ihrerseits ihrem Wissensschatz einverleibt haben. Karl May wurde mit seinen Romanen einer der weltweit erfolgreichsten und wirkungsvollsten Autoren der deutschen Literaturgeschichte. Ein Blick auf die Lebensumstände, aus denen er sich herausarbeiten musste, lässt nichts Unwahrscheinlicher erscheinen als diese Erfolgsgeschichte. Sie setzte auch spät ein. Karl May entstammt aus einem der ärmsten Winkel im Deutschland des 19. Jahrhunderts. Er wurde 1842 im Erzgebirge geboren. Ein Sachse war er genau genommen nicht. Sein Geburtsort Ernsttal, damals eine Kleinstadt mit rund 3000 Einwohnern, gehörte zur Herrschaft der Grafen Schönburg, die erst 1878-60 wurde. Wiederum 20 Jahre später wurde Ernsttal mit Hohenstein zusammengelegt. Die Stadt, in der sich das Geburtshaus Karl Mays und in ihm das Karl May Museum befinden, heißt also heute Hohenstein-Ernsttal, auf halbem Weg zwischen Zwickau und Chemnitz gelegen. In früheren Zeiten war die Region ein Bergbaugebiet, deshalb der Name Erzgebirge. Seit dem 17. Jahrhundert dominierte die Textilherstellung in der Form der Heimweberei. Als Karl May geboren wurde, war dieser Erwerbszweig durch Industrialisierung und Technisierung weitgehend zusammengebrochen. Das Leben in der Region war geprägt durch bitterste Armut mit ihren Folgeerscheinungen Alkoholismus, Kleinkriminalität und hohe Kindersterblichkeit. Von den 13 Geschwistern Karl Mays starben 9 im Säuglingsalter. Diese Verhältnisse boten den ersten Stoff für Karl Mays früheste Erzählungen, die erzgebirgischen Dorfgeschichten. In seiner späten Autobiografie »Mein Leben und Streben«, der man allerdings nicht allzu sehr vertrauen sollte, beschreibt er diese Jahre bitterste Not, in der er aufgewachsen ist. Trotz aller Not hatte der Vater einen gewissen sozialen Ehrgeiz, den typischen Ehrgeiz des kleinen Bürgers. Er wollte, dass sein offensichtlich begabter Sohn etwas Besseres werden sollte. Die Schule durchläuft Karl May problemlos und das nächste höchstmöglich erreichbare Ziel war das Lehrerseminar. Damals erforderte der Grundschullehrerberuf noch keine akademische Ausbildung. Im Alter von 14 Jahren wird er in das drei Fußstunden entfernte evangelische Seminar Waldenburg aufgenommen und damit beginnt das Elend oder je nach Sichtweise die glanzvolle Karriere des Romanautors Karl May. Nach einer Karriere sah es aber zunächst nicht aus. Ende 1859 wird er des Diebstahls von sechs Kerzen überführt und muss daraufhin das Seminar verlassen. Auf dem Gnadenweg darf er dann im Lehrerseminar in Plauen weiter studieren. Er legt sein Examen ab und beginnt eine armselige Lehrerexistenz in der Armenschule in Plauen. Hier wird er nach wenigen Wochen entlassen wegen eines ihm nachgesagten Tächtel-Mächtels mit der Gattin seines Vermieters. Danach wird der Lehrer in der Fabrikschule in Chemnitz der denkbar unpopulärste Job im sächsischen Schulwesen, wie einer seiner Biografen vermerkt. Allzulange musste er ihn auch nicht ausüben. Keine drei Monate nach Dienstantritt zu Weihnachten 1861 wird er des Uhrendiebstahls bezichtigt. Es ist unklar, ob es wirklich ein Diebstahl oder nur eine verlängerte Ausleihe war. Erstmals wird er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, die er im Herbst 1862 in Chemnitz absaß. Damit ist die Lehrerlaufbahn endgültig beendet. Eine Zeit lang schlägt er sich irgendwie durch und ab 1864 beginnt er eine neue Laufbahn, diesmal als Hochstapler. Unter wohlklingenden Alias-Namen, Dr. Matt Heilig nennt er sich Seminarlehre Lose und Notenstecher Hermin, fantasiert er sich das Leben zurecht, das er gerne gehabt hätte. Er erschwindelt sich Kleinigkeiten, Kleidung und einen Biberpelz, der ihm zum Verhängnis wird. Beim Versuch, ihn zu verkaufen, wird er gefasst und zu vier Jahren Arbeitshaus verurteilt. Zum guten Teil sind es Eulenspiegeleien und Köpenighiaden, auf die sich Karl May immer wieder einlässt. Sie wirken wie eine komödiantische Vorwegnahme der fantastischen Erlebnisse, die er seinen späteren Romanhelden anrichtet. Drei Wochen nach seiner zweiten Festnahme war es ihm sogar tatsächlich gelungen, sich seine Handfesseln auf einem Transport zu entledigen, zu fliehen und einige Wochen lang unterzutauchen, bevor er dann wieder gefasst wurde. Besonderen finanziellen Gewinn hat Karl May aus dieser Karriere als Kleinkrimineller nicht bezogen, wohl aber eine Reihe von Gefängnis- und Zuchthausstrafen, die sich am Ende auf acht Jahre addierten, von denen er sieben abgesessen hat. 1874, nach seiner zweiten vierjährigen Freiheitsstrafe, kam er wieder auf freien Fuß. 1879 wird er nochmals wegen Amtsanmaßung für drei Wochen arrestiert, aber grundsätzlich gelingt es ihm jetzt, sich langsam wieder ins bürgerliche Leben einzufädeln, indem er seinen Erfindungsreichtum auf gesellschaftskonforme Weise einsetzt. Er schreibt anonym für mehrere Zeitschriften, Dorfgeschichten und historische Humoresken. 1875 kommt der Wendepunkt. Der Verleger Münchmeier ist auf Karl May aufmerksam geworden und heuert ihn für seinen Dresdner Verlag als Redakteur und Autor an. Der Münchmeier Verlag produziert in erster Linie Kolportage-Literatur, Literatur für die Unterschicht, die im Haustürverkauf Woche für Woche von Kolportören, fliegenden Händlern also verkauft wird. Die Geschäftsbeziehung entpuppt sich für beide Partner als überaus lohnender Glücksfall. Karl May hat eine feste Anstellung und Münchmeier einen bienenfleißigen Autor, der nicht nur zwei, allerdings kurzlebige Zeitungen gründet, sondern Woche für Woche eine Fortsetzungsfolge seiner Romane schreibt. Auf diese Weise entstehen fünf Textgebirge von je 2500 großformatigen Seiten, die anonym oder pseudonym heftweise und mit jeweils über 100 Fortsetzungen unters Volk gebracht werden. Karl May hat eine flinke Feder, aber jede Woche neben anderen Tätigkeiten rund 30.000 Zeichen, modern gesprochen, abzuliefern, bleibt eine bewunderungswürdige Leistung. Der erste dieser Romane erscheint 1882 bis 1884 und trug den programmatischen Titel »Das Waldröschen oder die Verfolgung rund um die Erde«, verfasst war ja von Kapitän Ramon Dias de la Escausurza. Nach einiger Zeit lockert sich die Geschäftsverbindung zu Münchmeier. Karl May sucht und findet den Anschluss an renommiertere Zeitschriften. Der zehn Jahre zuvor gegründete katholische deutsche Hausschatz bietet ihm ebenso wie der gute Kamerad regelmäßige und vor allem ordentlich bezahlte Publikationsmöglichkeiten. Hier erscheinen dann die vorläufern Prototypen der Amerika- und Orient-Erzählungen, die Karl May berühmt machen sollten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 Karl May hatte seine ersten Publikus-Erfolge in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Man kann sehr genau nachvollziehen und fleißige Literaturwissenschaftler haben es auch getan, wie Karl May sich die tagesaktuellen Geschehnisse seiner Zeit zunutze macht. Der Berliner Kongress 1878 hatte die fernen Probleme des Balkans und des vorderen Orients mitten in die deutsche Öffentlichkeit geholt. Hier wurden Europa- und weltpolitische Themen verhandelt, die in Deutschland wahrgenommen wurden und auf die Karl May mit der Serie seiner Orient-Romane reagierte, die ja im Wesentlichen nur das Osmanische Reich behandelten. Die Titel seiner Romane sind Stichworte zum Zeitgeschehen. Durchs wilde Kurdistan, von Bagdad nach Stambul, in den Schluchten des Balkans, durch das Land der Skipitaren. Amerika war weiter weg, lag den Deutschen aber noch näher als das Osmanische Reich. Grob gerechnet vier Millionen Deutsche waren im Laufe des Jahrhunderts in die USA ausgewandert, das allein schon sorgte dafür, dass das Interesse an diesem Halbkontinent groß sein musste, auch wenn er weltpolitisch noch keine besondere Rolle spielte. Aber auf Schritt und Tritt begegnen einem in den Amerika-Romanen Karl Mays die deutschen Auswanderer, sei es als Siedler oder häufiger noch als Westmänner. Und wenn es keine Auswanderer gibt, so gibt es immerhin doch deutsches Bier. Mit seinen Südamerika-Romanen am Rio de la Plata, in den Cordilleren und das Vermächtnis Inka reagierte Karl May auf die Forschungsreisen deutscher Gelehrter in diesen Regionen in den 1880er Jahren. China kam später durch den Boxeraufstand in den Blick und Afrika schließlich wurde durch den Madi-Aufstand in den 80er Jahren, mit dem ein erster islamistischer Staat im Sudan gegründet wurde, für die Europäer interessant. Es ist gewiss nicht angebracht, Karl Mays Romane als historische Quelle für die tatsächlichen Gegebenheiten im Westen, Nordamerikas oder im Osmanischen Reich zu nehmen. Die Darstellung dieser Region enthält aber manches Körnchen einer Wahrheit, die man in Deutschland des 21. Jahrhunderts nicht mehr wissen will. In den Great Plains, so kann man bei Karl May lernen, leben Indianer, deren Lebensgrundlagen die Büffelherden zerstört wurden, die von Eisenbahn und Siedlern von ihrem Land verdrängt, durch Feuerwaffen, Alkohol und Krankheit physisch ausgelöscht wurden. Karl Mays Romane zeigen aber auch die andere Seite der indianischen Lebenswelt, eine Welt mit archaischen Gesetzen, die beständige Kriege untereinander führt. Im Osmanischen Reich sieht es anders, aber nicht besser aus. Denn unverkennbar bedient sich Karl May in den Orient-Romanen, jener durchgehend negativen Völkerstereotypen, die zu seiner Zeit geläufig waren. Er zeichnet ein bodenloses, zivilisatorisches, kulturelles und moralisches Gefälle zwischen Orient und Occident. Das Abendland, vertreten durch Kara Ben-Nemsi, ist den Figuren, die ihm im Osmanischen Reich begegnen, in jeder Hinsicht überlegen. Karl Mays Fantasie kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, Episoden zu erfinden, die diese Überlegenheit sinnfällig werden lassen. Aber so überlegen sich der Held auch darstellt, Manchmal ist er dem Orient wehrlos ausgeliefert. Wenn etwas das seelische Gleichgewiss-Kara Ben-Nemsi in Unordnung bringen kann, dann sind es die Erfahrungen des Schmutzes, des Ungeziefers und des Ekels. Der Schmutz markiert die Grenze zwischen Wildnis und Zivilisation. Er ist eine empfindliche Störung der gesellschaftlichen Ordnung, eine Ordnung, in der die Hygiene fast schon identisch geworden ist mit der Moral, ein Phänomen übrigens, das zu Beginn der 2020er Jahre in den westlichen Zivilisationen wieder zu beobachten ist. Auch die staatliche Ordnung des Osmanischen Reichs steht kurz vor dem Zusammenbruch. Karl May zeichnet das Bild einer durch- und durchkorrupten Obrigkeit, deren Vertreter man nur mit einem Backschicht oder mit der Nilpferdpeitsche beikommt. Neben der Korruption gehören Feigheit und Verschlagenheit zu den wesentlichen Charaktermerkmalen der Bevölkerung. Von besonderer Brisanz ist schließlich die vergleichende Darstellung der Religionen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass für Karl May das Christentum in sakraler wie moralischer und historischer Bedeutung dem Islam weit überlegen ist. Der Islam beruhe auf den Halluzinationen des Propheten und nicht etwa auf göttliche Offenbarung. Seine Vorschriften widersprechen dem gesunden Menschenverstand. Mehr noch, sie seien der Nährboden für jene kriminellen Verhaltensweisen, denen Karabendem sie allenthalben begegnet. Denn der Islam mache seine Anhänger blutdürstig, abergläubig und fanatisch. Karabendem sie weiß das alles, weil er den Koran und die Geschichte des Islam besser kennt als jeder seiner Gesprächspartner. In der Gesamtsicht allerdings ergibt sich interessanterweise ein völlig anderes Bild des Religionskonflikts, als es die Zusammenstellung einzelner anstößiger Stellen vermuten ließe. Denn dann erscheinen Karabendem sie und mit ihm Karl May als tolerant, neugierig, offen für die fremde Kultur und bereit zum interreligiösen Dialog. Mehr konnte man in diesen Jahren nicht erwarten und bis vor kurzem reichte diese Bereitschaft zum Dialog ja auch in Deutschland noch aus. In der Handlungsführung und in der Personengestaltung folgen die Romane stets im gleichen Schema. Karl May transponiert das Gefüge des wilhelminischen Obrigkeitsstaates in den Orient, in den wilden Westen Amerikas und in etliche andere Weltreligionen. Die Verbindung von handfester Exotik und den Allmachtsfantasien des reisenden Karl May befriedigt damit das doppelte Bedürfnis des deutschen Bürgers dieser Jahre nach Freiheit einerseits und Sicherheit andererseits. Die Hauptfiguren in Karl Mays Roman sind unermüdliche Prediger der Versöhnung, der Gewaltlosigkeit und der Nächstenliebe. Diese Botschaft steht aber in einem bemerkenswert krassen Gegensatz zur Überfülle der Gewalttätigkeit, von der die Romane regelrecht durchdrängt sind. Sie sind eine Aneinanderreihung von Gewaltorgien, die in ihrer Summe in der deutschen Literatur einzigartig sein dürften. Dem Publikum scheint das im Großen und Ganzen gefallen zu haben, die Einwände hielten sich in Grenzen. Der Autor und seine Leser haben ein entspanntes Verhältnis zur brutalsten Gewalt, ein Befund, der immerhin erklärungsbedürftig ist, denn die Jahrzehnte, in denen Karl May schrieb, genau in der Mitte zwischen dem deutsch-französischen Krieg und dem Ersten Weltkrieg gehören zu den friedlichsten der deutschen Geschichte. Die Allmacht-Fantasien seiner Romanhelden, verbunden mit dem Erfolg beim Publikum, wirken auf Karl May selbst zurück. Mitte der 1890er Jahre kauft er in Radebaul bei Dresden eine Villa. Er ist jetzt ein gemachter Mann, der großes öffentliches Ansehen genießt. Wesentlichen Anteil daran hatte der Freiburger Verleger Fesenfeld, die ab 1892 die überall verstreuten Rechte der Werke Karl Mays aufkauft und sie erstmals in Buchform herausbringt. Dabei gehen Autor wie Verleger ziemlich rabiat vor. Denn die Bände der Gesamtausgabe sollten einem einheitlichen Schema folgen, jeder sollte rund 600 Seiten umfassen und es erschien unter verlegerischen Gesichtspunkten opportun, zumindest lockere Zusammenhänge zwischen den Bänden zu schaffen. Karl May kannte hier keine Hemmungen. Er kürzte und schrieb neu hinzu, stellte Altes zu Neuem zusammen, benannte Figuren um, damit sie in die neue Umgebung hineinpassten und schuf so den Grundstock dessen, was man später als das Werk Karl Mays lesen wird. Durch die Fesenfeld-Ausgabe mit ihren 33 grünen Bänden haben Autor und Werk vor den Augen des Publikums ein klares Profil gewonnen. Der Autor hat die chaotische Vielfalt seiner verstreuten Publikationen zu einer Serie von Romanen gebündelt und der Verleger hat diesen Bänden eine Ausstattung gegeben, die sich sehen lassen konnte. Sie waren fest in Leinen, Halbleder oder Safianleder gebunden, sie hatten eine einheitliche grüne Farbe und Autor und Titel waren in Goldprägung aufgedruckt. Der wilherminische Bildungsbürger musste sich nicht schämen, ein derartiges Werk in seinem Bücherregal stehen zu haben. Neben den damals omnipräsenten Klassiker-Ausgaben des Cotter-Verlags machten die Karl-May-Bände keine schlechte Figur. Dieser Erfolg war Karl May nicht genug, er war süchtig nach Einerkennung und Ruhm. Dass er ein begnadeter Hochstapler war, hatte er schon in der Jugend bewiesen. Dieses Talent setzte er jetzt auf einer höheren Ebene erneut ein. Er hielt unbeirrt und hartnäckig an der Behauptung fest, identisch zu sein mit seinen Romanhelden Old Shatterhand und Cara Ben-Nemsi. Er ließ Postkarten drucken und versenden, die ihn im Abenteuergewand Cara Ben-Nemsis oder Old Shatterhand zeigten, und im Briefverkehr hielt er die Fiktion aufrecht, dass er gerade wieder einmal zurückgekehrt sei von oder im Aufbruch begriffen sei zu den Regionen, die er in seinen Reiseerzählungen beschrieben habe. Erstaunlicherweise wurde ihm das lange Jahre auch geglaubt, die Welt will betrogen werden. Selbst an der Fiktion des Doktortitels hielt er eisern fest. Zunächst behauptete er, er habe den Titel im französischen Rohr erworben, dann war es ein chinesischer Titel, und der sei selbstverständlich wesentlich höher einzustufen als ein bloßer Deutscher. Es wurde später Karl May behördlich verboten, den Doktortitel zu führen, was ihn aber nicht weiter scherte. Er tat es trotzdem. Denn er hatte sich den Titel etwas kosten lassen. Ein jüngster Fund des Herausgebers der historisch-kritischen Ausgabe der Karl May-Gesellschaft hat einen in ein Buch eingelegten Überweisungsschein zutage gefördert, mit dem Karl May den Titel bezahlte. Es waren 2000 Kronen. Wohl um die Spuren zu verwischen, gelernt ist gelernt, hatte Karl May das Geld von Österreich aus überwiesen. 2000 Kronen sind nach heutiger Kaufkraft an die 15.000 Euro. Das ist viel Geld, dürfte aber dem entsprechen, was man auch heute für einen Doktortitel zahlen muss, wenn man sich nicht den Mühen der Doktorarbeit und einer mündlichen Prüfung unterziehen will. In seinem Verhalten ähnelt Karl May dem des suchtkranken Alkoholikers, der konfabuliert, um sich die Welt nach seinen Wünschen zurechtzulegen. Unüberbietbar ist die Geschichte der drei Gewehre, des Bärentöters, des Henry-Stutzens und der Silberbüchse. Sie waren eine ingeniöse Erfindung des Romanautors, der es aber dabei nicht belassen wollte, sondern sie aus dem Reich der Fiktion ins Reich der Wirklichkeit hineinholte. Ein heimischer Büchsenmacher erhielt unter dem Siegel strengster und teuer bezahlter Verschwiegenheit den Auftrag, die Karl Mayschen Fantasieprodukte nachzubauen, sodass Karl May sie dann seinen Besuchern vorführen konnte. Die wurden allerdings misstrauisch, denn die Silberbüchse war ja mit Winnetou zusammen begraben worden und Karl May musste wieder eine neue Geschichte dazu erfinden. Das konnte auf Dauer nicht gut gehen. Sein Ruhm als Erfolgsautor hatte Karl May gerade einmal ein knappes Jahrzehnt lang genießen können. Kurz vor dem Ende des Jahrhunderts meldeten sich die ersten skeptischen Stimmen zu Wort. Der Ausgangspunkt war ziemlich kurios. Vor einem Aschaffenburger Gericht waren einige jugendliche Straftäger verurteilt worden. Im Laufe der Verhandlungen war zur Sprache gekommen, dass sie Karl Mays Romane gelesen hatten. In einem Zeitungsartikel wurde das zum Anlass genommen, Karl May als Verführer der Jugend zu Brandmarken. 1899 erschien in der Frankfurter Zeitung der Artikel, der alle Dämme brechen ließ. Sobald jemand genauer hinschaute, musste offenbar werden, was ohnehin klar war und was nur darauf wartete, ausgesprochen zu werden. Karl May konnte nie und nimmer erlebt haben, was er erlebt zu haben behauptete. Sehr bald wurden seine Vorstrafen aufgedeckt und auch die Anonymität der frühen Münchmeier-Romane wurde gelüftet. Ihnen ließen sich beliebige Textstellen entnehmen, die nach damaliger Auffassung die erotische Sinnlichkeit des Lesers aufstachelten und auch übermäßig viele Gewaltszenen enthielten. Gegen diese Vorwürfe setzte sich Karl May publizistisch wie juristisch zu Wehr und sah sich bald heillos verstrickt in endlose Auseinandersetzungen, in denen er nicht immer besonders geschickt agierte. Den Höhepunkt bildete 1980 die Schmähschrift »Karl May, ein Verderber der deutschen Jugend« von Rudolf Lebius, in der dieser Karl May einen geborenen Verbrecher nannte. Dass ihm dann auch und das mit Recht vorgehalten wurde, er habe sich zu Unrecht als katholischer Autor in die Gunst seines Publikums schmuggeln wollen, verkrault ihm auch die Unterstützung von dieser Seite. Hinzu kommen private Kalamitäten. Karl May sah sich in eine schmutzige Scheidungsgeschichte verwickelt, Er trennte sich 1903 von seiner Frau Emma, geborene Pölmer, mit der er mehr als 20 Jahre lang verheiratet war. Wenig später heiratete er Clara Plön, die deutlich jüngere Witwe seines Freundes Plön. Innerhalb weniger Jahre war aus dem gefeierten Erfolgsautor ein von den Medien Gejagter geworden. Ob es nun diese Erfahrungen waren oder der Überdruss an seiner eigenen Produktion, das Alterswerk Karl Mays erfährt eine radikale Wendung. Im Alter unternehmt Karl May als Tourist noch zwei Reisen in die Regionen, über die er jahrzehntelang fabuliert hatte. Die fast eineinhalb Jahre dauernde Orientreise, die er 1899 antritt, ist anstrengend und ernüchternd. Die Wirklichkeit sah anders aus, als er sie sich vorgestellt hat. In den Briefen in die Heimat hielt er jedoch eisern daran fest, dass alles so sei, wie er es vor Jahrzehnten erlebt und beschrieben habe. 1908 reiste er dann auch noch nach Amerika und dort ist es auch nicht besser. Ab 1902 erscheinen die Spätwerke. Im Reiche des Silbernen Löwen und Friede auf Erden, Ardistan und Chinistan und der vierte Band des Winnetou. Jetzt erhebt Karl May höhere Ansprüche. Mit diesen Werken wieder die Erhebung der Menschheit zu Edelmenschen zuarbeiten. Sie zielen auf das friedliche Zusammenleben, auf Völkerverständigung, auf Versöhnung der Rassen und auf die Aussöhnung von Morgenland und Abendland. Das ist auch das Thema seines letzten öffentlichen Auftritts. In Wien hält er am 22. März 1912 vor 2.000 bis 3.000 Zuhörern den Vortrag Empor ins Reich der Edelmännchen. Eine Woche später stirbt er in Radebeul an den Folgen einer Lungenentzündung. 2.000 Zuhörern den Vortrag 2.000 Zuhörern den Vortrag 1.000 Zuhörern den Vortrag Amen. Karl Mays Nachleben ist ein eigenes und abenteuerliches Kapitel der deutschen Literatur- und Kulturgeschichte. Es fing ganz harmlos an. Im Jahr nach Karl Mays Tod gründete die Witwe Klara May den Karl May Verlag und die eng mit ihm zusammenhängende Karl May Stiftung. Der Zweck beider Einrichtungen ist klar. Es ging darum, das literarische Erbe Karl Mays zu sichern, es in die Zukunft weiterzuführen und gleichzeitig der Witwe dauerhafte Einkünfte zu sichern. Das hat lange Zeit sehr gut funktioniert. Der Karl May Verlag etablierte sich in Radebeul. Zu seinem Geschäftsprinzip gehörte nur einen einzigen Autor zu verlegen, aber über diesen eifersüchtig die Deutungshoheit zu wahren. Auch im Dritten Reich blieb man weitgehend unbehelligt, widerstand aber auch der Versuchung, sich und den Autor allzu sehr an die politischen Verhältnisse anzupassen. Die Witwe hingegen ist dieser Versuchung erlegen. Sie trat in die Partei ein und suchte Kontakte zum persönlichen Umfeld Hitlers. In der Person des Führers und Reichskanzlers hatte Karl May einen mächtigen Fürsprecher. In einer Home-Story vom Obersalzberg war Hitler 1933 der Öffentlichkeit als begeisterter Karl-May-Lester vorgestellt worden. Er soll sogar seinen Generälen die Lektüre Karl Mays als strategische Schulung empfohlen haben. Für die jüngst von einem Professor aus Hamburg aufgestellte These, dass die Karl-May-Lektüre Hitlers und Himmlers verantwortlich für den Ostfeldzug sei, gibt es allerdings keine Belege. Im tausendjährigen Reich war Karl May keineswegs unumstritten. Der bayerische Kultusminister Hans Schemm empfahl seinen Romanhelden als Vorbilder für die deutsche Jugend, Mut, Entschlusskraft, Schneid, Abenteuerlust seien Tugenden, die man von ihm lernen könne. Die andere Fraktion war mindestens genauso stark. Sie bemäkelte Karl Mays pazifistische und religiöse Grundtendenzen und verwies zu Recht übrigens darauf, dass er ein leidenschaftlicher Verfechter einer weitgehenden Rassenmischung aus ganz sentimentalen Männlichkeitsgründen sei, wie es hieß. Im Juni 1938 machte Goebbels dem Streit ein Ende und ließ erklären, dass Kritik an Karl Mays Büchern unerwünscht sei. Das Nachleben von Karl Mays Werk nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik ist eine Geschichte für sich. In dieser Geschichte spielt der Schriftsteller Arno Schmidt eine herausragende Rolle. Er widmete sich seit der Mitte der 1950er Jahre intensiv dem Werk Karl Mays und gibt dabei wesentliche Impulse für dessen weitere Wirkung. Die Auseinandersetzungen um Karl May, die Arno Schmidt angezettelt hat, sind zugleich ein Stück bundesrepublikanischer Kulturgeschichte. Da lohnt es sich genauer hinzuschauen. Arno Schmidt, Jahrgang 1914, war 1949 mit ersten sprachexperimentellen Erzählungen bei Rowold verlegt worden, also immerhin von einer der ersten Adressen des deutschen Verlagswesens. 20 Jahre später, um 1970, gehörte er zu den prominentesten deutschen Autoren. Er hatte aber im Literaturbetrieb wie auch als Schriftsteller nur eine Außenseiterposition, eine Rolle, die er bewusst gesucht und gepflegt hat. Da seine Romane nichts Nennenswertes abwarfen, musste er seinen Lebensunterhalt durch ungeliebte Brotarbeiten verdienen. Zu diesen Arbeiten gehörten Übersetzungen aller Art, Beiträge für Zeitschriften und auch Rundfunkessays. Damit hat es seine besondere Bewandtnis. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk war in diesen 1950er und 1960er Jahren eine literarische Macht, die ihren Kulturauftrag noch sehr ernst nahm. Zum Selbstverständnis seines Auftrags gehörte es, mezenatische Aufgaben wahrzunehmen. Das führte dazu, dass in der Mitte der 1950er Jahre auf den Fluren des Stuttgarter Rundfunkhauses fünf Männer begegneten, die über Jahrzehnte hinweg die Literatur der Bundesrepublik geprägt haben. Der erste war der literarisch selbst ambitionierte Rundfunkredakteur Martin Walser, der den 13 Jahre älteren Autor Arno Schmidt bewunderte und ihn zur Mitarbeit im Rundfunk bewegen wollte. Bald darauf kam Alfred Anders ins Haus, der mit dem Aufbau eines kulturellen Nachtprogramms betraut wurde, in dem die Arbeiten Schmidts später gesendet wurden. Anders wurde assistiert von Hans-Magnus Enzensberger, der bald den Rundfunk verließ. Ihm folgte Helmut Heisenbüttel, der die meisten der Arno Schmidt-Arbeiten betreute. Regie führte manchmal Martin Walser. Fast 70 Jahre später sind Martin Walser und Hans-Magnus Enzensberger immer noch Leuchttürme in der deutschen Literaturlandschaft. Auf Anders' Aufforderung hin schickt Arno Schmidt im Juli 1955 eine Liste von Autoren, über die er Funk-Essays schreiben könnte. Wie man Jahrzehnte später sehen konnte, hat diese Liste Epoche gemacht. Mit seinen Funk-Essays erschloss Arno Schmidt der deutschen Literaturgeschichte eine ganze Reihe von Autoren, die halb oder ganz vergessen waren. Dazu gehörten Christoph Martin Wieland, Johann Gottfried Herter und Friedrich Klopstock, sowie eine Anzahl weiterer Autoren aus der zweiten Reihe, Barthold Hinrich Brokes, Johann Gottfried Schnabel, Johann Karl Wezel, die allesamt durch die Vermittlung Arno Schmidts ihren mehr oder weniger prominenten Platz in der Literaturgeschichtsschreibung gefunden haben. Einer dieser Autoren war dann auch Karl May. Arno Schmidts Karl May-Manuskript gehörte zu den ersten Sendungen, die produziert wurden. Gesendet wurde der Beitrag 1956 unter dem Titel vom neuen Großmystiker. Zum gleichen Thema verfasste Arno Schmidt im Laufe eines knappen Jahrzehnts mehrere großenteils prominent platzierte Zeitungsartikel, die in leichten Variationen oft mehrfach verwertet wurden. Einer der Karl-May-Aufsätze erschien auch in der Zeitschrift Konkret, deren Chefredakteurin damals Ulrike Meinhof war, die später ihren eigenen Beitrag zur Geschichte der Bundesrepublik geliefert hat. Arno Schmidt hat mit diesen Arbeiten der Karl May-Rezeption in der Bundesrepublik entscheidende Impulse gegeben und ihr eine neue Richtung gewiesen. Der ausgesprochen elitärgesonnene Schmidt wollte keineswegs den Erzähler der Abenteuerromane rehabilitieren. Im Gegenteil wollte er zeigen, dass die Abenteuerromane nur der minderwertige Teil eines Gesamtwerkes waren, das zu seiner eigentlichen Höhe erst in den letzten Lebensjahren Karl Mays gekommen sei. Die beiden Romane im Reiche des Silbernen Löwen und Ardistan und Dschinnistan gehörten, so wollte er beweisen zur deutschen Hochliteratur. Anders als die frühen Abenteuerromane seien sie symbolisch überhöht und als Schlüsselromane zu verstehen. Diese Ansicht hat in Fachkreisen einige Zustimmung gefunden, aber wirklich durchgesetzt hat sie sich nicht. Den entscheidenden Impuls für das weitere Nachleben Karl Mays gab Arno Schmidt aber mit seiner massiven Kritik an der Ediktionspraxis des inzwischen in Bamberg ansässigen Karl May-Verlags. Durch Schmidts Intervention wurde erst einer größeren Öffentlichkeit klar, dass ein Großteil der Karl-May-Texte in der Form, in der sie ihre Leser gefunden hatten, nicht von Karl May stammten, sondern vom Verlag bearbeitet und oft auch erarbeitet worden waren. Der Karl-May-Verlag hatte im Laufe der Jahrzehnte nicht nur die Texte stilistisch überarbeitet und dem jeweiligen Geschmack angepasst, sondern auch hemmungslos gekürzt, gelegentlich auch hinzugeschrieben und vor allem aus dem überreichen Textmaterial eine ganze Reihe von Bänden neu zusammengestellt. Das alles mit dem besten Gewissen, man glaubte sich auf den Willen des Autors, wie er von der Witwe überliefert worden war, berufen zu können und auch Karl May selbst hatte dieses Verfahren schon bei der Fesenfeld-Ausgabe angewandt. Von ihren Anfängen bis in die jüngste Gegenwart sind Karl Mays Romane fluide Gebilde. 1963 beging Arno Schmidt ein zweites Akrileg. Er veröffentlichte seine Karl-May-Studie »Citara und der Weg dahin«. Auf teils seriöse, teils karlauerhafte Weise wollte er auf 363 Seiten zeigen, dass Karl Mays Romane durch und durch von sexuellen, vor allem homosexuellen Subtexten unterfüttert seien. Das war eine Feststellung von einiger gesellschaftspolitischer Brisanz. Denn 1963 war Homosexualität in Westdeutschland noch eine Straftat. In diesem Jahr wurden rund 3500 Verurteilungen wegen des Verstoßes gegen § 175 des Strafgesetzbuches ausgesprochen. 1964 forderte der Schriftsteller Robert Neumann in einem langen, offenen Brief, der im Spiegel abgedruckt wurde, unter Berufung auf Arno Schmidt das Verbot der Schriften Karl Mays. Mit seinen Interventionen hat Arno Schmidt dem Nachleben Karl Mays in mancherlei Hinsicht eine neue Richtung gegeben. Das Spätwerk wurde wahr und ernst genommen. Es entstanden Initiativen zur biografischen Forschung. Der Verlag sah sich mit Vorwürfen gegen seine Editionspraxis konfrontiert, die langfristig auch zu einem Umdenken führten. Und 1969 wurde nach langem Vorlauf die Karl May-Gesellschaft gegründet. Sie machte im Laufe der Jahrzehnte Karl May zu einem der besterforschten Autoren der deutschen Literaturgeschichte. Mit ihren heute immer noch rund 1700 Mitgliedern ist sie die viertgrößte literarische Gesellschaft in Deutschland. In den 1960er Jahren setzte eine zweite große Rezeptionswelle Karl Mays in der Bundesrepublik ein. Ein wesentlicher Impuls war natürlich das Auslaufen des Urheberschutzes, der damals nur 50 Jahre betrug und deshalb am 1. Januar 1963 endete. Das rief selbstverständlich eine ganze Reihe von Verlagen auf den Plan, die mit teils verdienstvollen Nachdrucken, die den Originalen näher kamen, als die Edition des Karl May-Verlags das Geschäft neu belebten. Der Verlag wiederum setzte seine bewährte Praxis fort und ließ in einer seit 1961 erscheinenden Werkausgabe die Zahl der Bände auf 74 ansteigen. Diese grünen Bamberger Bände wurden die ikonische Ausgabe, mit der die Nachkriegsgeneration der Karl-May-Leser aufgewachsen ist, ohne zu ahnen, dass ein Großteil dieser Bände mit den Originaltexten nur noch wenig zu tun hatte. Weitere Faktoren kamen hinzu. Nachdem die Nachkriegsphase überwunden war und die Wohlstandsgesellschaft sich ankündigte, stieg das Interesse an fremden Ländern und mit ihr die Reisetätigkeit. Und in diesen Jahren entstand auch ein dringender Bedarf nach Informationen über den Islam. Bis zum Ende der 1950er Jahre war der Islam ein randständiges Phänomen in Deutschland. Interessant, exotisch, reizvoll für den einen oder anderen, aber weit weg. Das änderte sich in den 1960er Jahren dramatisch. Man schätzt, dass um 1960 in Deutschland rund 6000 Muslime lebten. Gut zehn Jahre später sollten es 500.000 bis eine Million gewesen sein. Heute rechnet man mit 5 Millionen. Genaue Zahlen wurden und werden nicht erhoben. Der Grund für diese exorbitante Zunahme seit 1960 ist bekannt und muss hier nicht erörtert werden. Aber damit wurde erneut ein Resonanzboden für die Islamthematik in den Karl-Mai-Romanen geschaffen, genau wie schon zu ihrer Entstehungszeit die orientalische Frage das deutsche Publikum bewegte. In diesen Jahren um 1960 waren Karl-Mais-Romane, so merkwürdig das klingt, die einzige Möglichkeit für das breite Publikum, sich über den Islam zu informieren. Eine herausragende Rolle in der Nachkriegsgeschichte Karl-Mais spielen schließlich die Karl-Mai-Filme, die ihren eigenen Mythos hervorgebracht haben. Frühe Stummfilmversuche waren erfolglos geblieben, aber als 1962 die Rialto-Film »Den Schatz im Silbersee« mit Lex Barker und Pierre Priest in der Regie von Harald Reinel in die Kinos gebracht hatte, war erneut ein Erfolgsrezept gefunden worden, mit dem man Karl-Mai dem beginnenden Medienzeitalter schmackhaft machen konnte. Die Helden bekamen ein Gesicht und das haben sie bis heute behalten. Von 1962 bis 1968 entstanden 17 Karl-Mai-Filme, davon 11 mit der Hauptfigur Winnetou. Die Filme wirkten über das Karl-Mai-Milieu hinaus stilbildend. Der harte Kern der Karl-Mai-Freunde konnte mit diesen Filmen allerdings nicht zufrieden sein, denn von Anfang an entfernten sie sich von den Romanhandlungen und bedienten sich nur der charismatischen Figuren. Aber auch die Karl-Mai-Filme haben ihre Zeit gehabt und diese Zeit war 1968 zu Ende. Der Versuch des Fernsehsenders RTL, 2016 mit einer dreiteiligen Winnetou-Serie den Karl-Mai-Helden neue Gesichter zu geben und den Karl-Mai-Kosmos neu zu interpretieren, musste scheitern. Denn der programmatische Vorsatz, die Welt der Indianer realistisch darzustellen, steht dem Erfolgskonzept Karl-Mais diametral entgegen. Wer an einem Mythos verdienen will, darf ihn nicht zerstören. In der DDR gestaltete sich der Umgang mit dem Werk Karl-Mais ungleich schwieriger. Es lässt sich schwer erklären, warum eigentlich Karl-Mai in der DDR unerwünscht war. Gewiss gab es den routinemäßigen Vorwurf des Imperialismus und des Chauvinismus, er sei ein dekadent imperialistischer Schriftsteller und Wegbereiter der Nazis gewesen, hieß es. Aber andererseits hätte es in dem Riesenwerk Karl-Mais auch hinreichende Anhaltsbunde gegeben, um ihn für die DDR-Ideologie zu vereinnahmen, zumal sein Heimat und sein Wohnort auf DDR-Boden lag. Dieser Politik der Verdrängung Karl-Mais aus den Augen der Öffentlichkeit stand auf der anderen Seite ein offenkundiges Bedürfnis des Publikums gegenüber, diese Texte lesen zu wollen. Bei sporadischen, wissenschaftlich nicht besonders fundierten, aber doch aufschlussreichen Befragungen beim Lesepublikum waren die Romane Karl-Mais immer unter den ersten, die genannt wurden, wenn nach den Wünschen des Publikums und des Buchhandels gefragt wurde. 1980 erschien Erich Loests biografischer Karl-Mais-Roman Swallow, mein wackerer Mustang, im Verlag das Neue Berlin. Dass dieser Roman veröffentlicht werden konnte, war eines jener Signale, wie sie in der DDR-Kulturpolitik üblich waren. Denn der Autor Erich Loest war 1957 wegen kontrarevolutionärer Aktivitäten zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Loest erzählt später durchaus glaubhaft, dass die Erstauflage seines Romans von 20.000 Exemplaren an einem Nachmittag verkauft gewesen sei. 1982 wurde diese unentschiedene Politik beendet. Anlässlich des 140. Geburts- und 70. Todestags Karl-Mais entschied Erich Honecker, dass er ohne weitere Beschränkungen gedruckt und vertrieben werden dürfe. Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Nach der Wiedervereinigung wurde ein pikantes Detail bekannt. In der DDR hatte es eine kleine Karl-Mais-Szene gegeben, von der einzelne Angehörige, auch Mitglieder der westdeutschen Karl-Mai-Gesellschaft gewesen waren. Nach der Wiedervereinigung stellte sich heraus, dass diese Szene von Stasi-Spitzeln durchsetzt gewesen war. Offensichtlich hatte die DDR-Führung Angst vor dem Autonomie-Protest-Potenzial, das man in Karl-Mais-Werken befürchten musste und das sich in einer solchen Karl-Mai-Bewegung verfestigen könnte. Denn auch dafür steht Karl-Mai. Der Philosoph Ernst Bloch, der um große Worte nie verlegen war, hat bereits 1930 vermerkt, dass in Karl-Mais-Romanen sich der Traum der unterdrückten Kreatur, die großes Leben haben will, zu Wort melde. Das ist sicher richtig. In den Allmachtsfantasien des einzigen Zuchthäuslers werden die Romanhelden zu Herolden der Freiheit und des Abenteuers. Unfreundliche Kritiker haben hingegen eher autoritäre Ordnungsbedürfnisse eines wilhelminischen Kleinbürgers am Werk gesehen. Beides ist sicher richtig. Denn Karl-Mai befriedigt das doppelte Bedürfnis des deutschen Bürgertums nach Sicherheit einerseits und Freiheit andererseits. Und darum geht es auch in der aktuellen Debatte, mit der die ewigen Kontroversen um Karl-Mai um eine neue Facette bereichert werden. Der Vorwurf kultureller Aneignung ist neu und originell. Ganz überraschend ist er aber nicht. Denn Karl-Mai steht schon länger auf einer schwarzen oder je nachdem, wie man es sehen will, auf einer weißen Liste. In einem knapp 800-seitigen Handbuch zur Kritik rassistischer Sprache, das in jeder deutschen Universitätsbibliothek in mehrfacher Ausfertigung zu finden ist, ist der Name Karl-Mais Teil einer Aufzählung von kulturellen Phänomenen, die als kulturelle Aneignung stigmatisiert werden und damit in den uferlos gewordenen Phänomenbereich weißer Rassismus eingeordnet werden können. Karl-Mai steht hier in einer Reihe mit großen Ohrlöchern und Piercings, Butterperlenarmbändern und britischer Soulmusik. Man sollte meinen, eine Gesellschaft, die sich so intensiv mit einem Trivialautor des vorvergangenen Jahrhunderts befasst, sei eine sorgenfreie Gesellschaft. Nun weiß jeder Zeitgenosse, dass das nicht so ist. Dass vielmehr die Bundesrepublik sich in der größten Krise ihrer Geschichte befindet. Es griffe zu kurz, wenn man die öffentliche Kontroverse über Karl-Mai nur als Ablenkung von den wirklich ernsthaften, geradezu existenziellen Problemen der Gegenwart verstehen wollte. Es hat wohl einen anderen Grund, dass sich im August 2022 wie aus dem Nichts eine derartige Kontroverse um Karl-Mai entspinnen konnte. Wie in der DDR, so sind auch in der Bundesrepublik dieser Jahre die Romane Karl-Mai's unbequem geworden. Denn in seinen Werken sind, wie in einer Zeitkapsel, die alten Versprechen einer untergegangenen bürgerlichen Welt eingefangen. Karl-Mai's Werk enthält das Versprechen von Sicherheit und Ordnung, von Wissen und Bildung, von Freiheit und Abenteuer, von Tugend und Fleiß, und es entspringt der aufklärerischen Überzeugung, dass die Welt beherrschbar sei und sich in Ordnung bringen lasse, wo sie in Unordnung geraten ist. Darum geht es im Kulturkampf der Gegenwart. Dem weiten Reich der Fantasiewelt Karl-Mai's tritt die muffige Spießbürgerwelt der Cancel-Culture-Bewegung entgegen, die nicht mehr an die Vergangenheit des bürgerlichen Zeitalters erinnert werden will, dessen letzte Ressourcen sie gerade verzehrt. In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunk-Kolleg, brachten wir den Vortrag Karl-Mai, ein Weltbürger im Reich der Fantasie, von Peter J. Brenner. Diese Sendung ist auch als Podcast auf unserer Internetseite kontrafunk.radio verfügbar. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.